Das Hotel Zeren Deep Select liegt in Kumlubük in türkischer Gäse. Der eine Gast, der das Hotel bewertet hat, empfiehlt dies zu 0% weiter und vergibt 2,2 von 6 Sonnen. Dabei hat er das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsprogramme bewertet. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 3 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Gäste bewerten die Lage des Hotels mit nur 3 von 6 Sonnen. Service. Für den Service vergeben die Gäste des Hotels 1 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch enttäuscht die Küche des Hotels. Die Gäste geben nur 1 von 6 Sonnen für die Küche. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 1 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um mehrere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.